So, wir schauen heute ins Lightseer's Tarot. Eine Tageskarte für den 7.1. Dankeschön. Wir haben Page of Wands, der Bube der Stäbe. Das ist eine Karte, wo wir etwas Neues anfangen, und zwar mit großem Elan, mit großer Energie, mit großer Freude und auch mit Neugier. Das kann zum Beispiel sein, dass du etwas Neues lernst, eine neue Sprache, dass du ein neues Hobby gefunden hast, dass du vielleicht tanzen gehst, dass du vielleicht ein neues Wissensgebiet irgendwie erklimmst. Das heißt, du steckst vielleicht deine Nase in die Bücher oder recherchierst im Internet zu irgendeiner Thematik, die dich sehr interessiert. Und im klassischen Tarot ist da auch die Pyramiden im Hintergrund drauf, das heißt, du gehst vielleicht auch in die Mystik. Du kümmerst dich auf jeden Fall um etwas, was dich sehr interessiert. Also du gehst da mit Freude hinein. Und es ist vielleicht komplettes Neuland. Vielleicht kriegst du auch eine Botschaft heute, die dich in diese Richtung zieht. Das heißt, jemand erzählt dir von einem bestimmten Kurs, der dich interessiert, wo du dann sagst, letzten Endes, ja, da melde ich mich an. Das heißt, hier kommen neue Dinge in unser Leben, die uns wirklich interessieren und die wir mit Freude verfolgen. Ich wünsche dir ein schönes Dagerl. Baba!